Herzlich Willkommen zum sechsten Video zu den logischen Grundlagen. Heute schauen wir uns die de Morgenschen Gesetze an. Die erste Regel von de Morgan, die sagt aus, dass nicht A und B das gleiche ist wie nicht A oder nicht B. Und diese Regel kommt von Augustus de Morgan, der von 1806 bis 1871 gelebt hat. Und die Aussage bedeutet, die verneinte Konjunktion ist die Disjunktion der Verneinungen. Und wir werden auch hier wieder, wie für alle einfachen Sätze in der Logik, einen Beweis durch Wahrheitstafeln führen. Gucken wir uns den Beweis hierfür an. Wir nehmen wieder A und B mit den vier Kombinationsmöglichkeiten und gucken uns nicht A an. Nicht A hat die umgekehrten Wahrheitswerte wie A, also in dem Fall falsch, falsch, war, war. Als zweites gucken wir uns nicht B an. Da müssen wir die Wahrheitswerte von B einfach nur umdrehen zu falsch, war, falsch, war. Wenn wir jetzt A und B betrachten, dann hatten wir uns das auch schon im Video angeguckt. Also wir gucken uns A und B an. Dann ist nur dann A und B beides wahr, wenn sowohl A als auch B wahr sind. Also kommen die Wahrheitswerte wahr, falsch, falsch, falsch raus. Und wenn wir das einfach verneinen, also die Werte, die jetzt hier stehen, dann kommt falsch, war, war, war raus. Und jetzt können wir uns noch angucken, nicht A oder nicht B. Dafür gucken wir uns nicht A an und wir gucken uns nicht B an. Und wenn beide falsch sind, dann ist auch oder falsch. Aber im zweiten und dritten Fall ist einmal nicht B wahr und einmal ist nicht A wahr und im letzten Fall sind beide wahr, also ist in allen drei Fällen auch nicht A oder nicht B wahr. Und wenn man sich jetzt nicht A und B anguckt und nicht A oder nicht B, dann sieht man, dass die beiden genau die gleichen Wahrheitswerte haben. Also gilt die Aussage. Und jetzt gucken wir uns als zweites noch die zweite Regel von dem Morgen an. Die besagt fast das gleiche, nur sind und sowie oder Zeichen vertauscht. Die Aussage sagt also diesmal, die verneinte Disjunktion ist die Konjunktion der Verneinungen. Und auch hier werden wir wieder einen Beweis durch Wahrheitstafeln führen. Wir hatten ja schon A, B, Nicht-A und Nicht-B betrachtet. Für den Fall gucken wir uns jetzt A oder B an. Und bei A oder B ist, wie wir es schon in einem anderen Video gesehen haben, die Wahrheitswerte immer richtig, also immer wahr, wenn A oder B oder beide wahr sind. Also ist es nur falsch, wenn beide falsch sind. Jetzt müssen wir das Ganze wieder verneinen. Also gerade die Wahrheitswerte, die wir hier haben, alle drei waren auf Falschstellen und das Falsche auf Wahrstellen. Also kriegen wir falsch, falsch, falsch und wahr raus. Und wenn wir jetzt bei Nicht-A und Nicht-B gucken, dann sehen wir, die sind nur dann wahr, wenn beide wahr sind. Also ist falsch, falsch ist falsch. Aber auch wenn Nicht-B wahr ist, ist die Konjunktion falsch, weil Nicht-A falsch ist. Und genau in diesem Fall auch. Und im letzten Fall ist die Konjunktion von beiden wahr, weil Nicht-A und Nicht-B beide wahr sind. Und man sieht, dass alle Wahrheitswerte übereinstimmen und somit stimmt auch die zweite Regel von Demor. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Oder ein Like da lasst, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat und ihr disliket, schreibt mir bitte Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Und dann viel Spaß mit weiteren Videos und bis zum nächsten Video. Tschüss! 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 Vielen Dank.